Hallo, verehrte Zuschauer und willkommen zu einem weiteren Let's Battle Minecraft Mob Arena. Und heute sind wir in der Pilz Arena und wir haben auch einen Neuzugang, nämlich Dur Dur. Sag Hallo! Hallo Leute! Er ist normalerweise ruhiger und nicht so aufgekratzt. Und Yuki Shiro und Keidan sind natürlich auch wieder dabei. Hallo! So, Els. Und ja, die Klassen habe ich euch vorhin schon erklärt, darum würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Geht schon los. Aber welche Arena das ist? Hast du schon? Ja, das ist die Pilz Arena. Ich weiß gar nicht, wo den Namen hier hat er nicht gehört. Hm, hier steht irgendwo ein Bier. Ein Bier? Hä, was? Nein! Ja, XP bliegen. Ich habe auf der Map hier schon mal zwei Bosse fertig gemacht. Da gibt es wieder die Cave-Spinner. Hardcore. Da gibt es wieder die Cave-Spinner, noch eine andere Spinner. Ohne gewöhnliche Spinner. Beide musste so niederkämpfen. Spoiler-Alarm! Zombie. Zombie ist tot. Ich bin nicht mehr. True Story. True Story. Ich muss sagen, ich mag... Ich mag die Aikine spielen. Ich mag die Arena. Ja. Besten beim Pilz-Kam. Ja, ich bin hier drüben geil. Ich bin hier drüben geil. Ich bin auf den Pilz-Kamp. Ich bin hier oben beim Wasserfall. Ja. Ich bin hier drüben. Also das Pilz-Kampen, das ist so offensichtlich. Wow, wenn es der einen Ehrgeist geht, dann gehen die ganzen Brüder auch auf dich los. Das kommt mir hinterher bekannt vor. No offense. Auf die Pilze kommen ja auch immer die meisten Fischer rauf. Die spawnen da oben. Achtung! Niemals den Gegner noch zu den Augen lassen. Oh, da hinten ist das Scheiß-Skelett. Oh, jetzt auch noch ein Swarm. Ah! Friss die Axt! Ich muss schon was... 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 Der ist sofort gestorben. Aber ich glaube, der war auch noch grün hinter den Ohren. Oh! Oh! Jogi! Ich werde jetzt so im Hintergrund so ne... Ich werde so ein... Ich werde so ein... Badum! Zzz! Sound auftreiben und ich werde im Hintergrund dann einspielen. Cool! Hehehe! Ah! Krieger! Na! Wo, 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 wo! Das schreibe ich mir jetzt gleich auf den Zettel. So! Stirb! Apropos! Trink! 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 Jep! Wenn ich alkoholisiert bin, spiele ich immer besser. Hahaha! Das ist... Aber wirklich... Das ist jetzt wirklich kein Witz. Das ist ein Fakt. Hilfe! Trinkt keinen Alkohol, Kinder. Es ist schlecht für euch. Außer ihr seid... Ich... Ihr seid legal alt genug. Dann trinkt. Meinetwegen. Aber es ist immer noch schlecht für euch. Es ist immer noch schlecht für euch, aber dann... Dann ist es Vater Staat egal. Also alle mit C4 anfangen. Nein! Nein, 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 nein. Erst... erst ab 18. Okay, genau. Wo ist sie? Hier. Bei einem roten Pils. Da, wo man gerne hochspringt. Achso. Aber in Niederösterreich ist es schon ab 16 legal, äh, Bier zu trinken und allem. Ja, logischerweise wohne in Niederösterreich. 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 Es ist gerade komisch, dass ich in Niederösterreich wohne, gell? Hahaha! Ich wohne auch in Niederösterreich. Echt cool, das wusste ich gar nicht. Ja. Wo wohne ich schon? Also wenn du es jetzt... nein, das sagt man nachher, wenn wir nicht gerade im Video sind. Sonst kommt noch irgendwer und flämt sich. Stopp! Weißt du? Wo? Adresse ist genau. Wer die... Ja, genau. Ich nehme jetzt mal meinen Skullsplitter. Ich nehme jetzt mal meinen Skullsplitter. Ich nehme mal meinen Serrated Strikes. Yeah. Mein Skullsplitter jetzt genau. Mein Skullsplitter, so heißt es. Skullsplitter. Skullsplitter. Es klingt besser mit einem amerikanischen Akzent. Bitte kein Englisch. Wenn du wissen, was ich spreche, richtig? Ich weiß, was du meinst. Gregg. Ja. Du okay? Hahaha. 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 Was passiert mit deinem Bein? Ja. Hallo. Hahaha. Today... Today I ate a Muddy Lizard. Ich habe heute eine, äh... Schlammige Eidechse. Mit Dreck bedeckt. Mit Mud. Dreck, ja. Ein Muddy Lizard. Habe ich heute gegessen. Muss ich das jetzt Bild nicht vorstellen? Nein. Ich glaube, das ist ein österreichisches Gericht. Nein! Nein! Nein, das ist ein Insider. Äh... Okay. Spannend. Bin nett. Bin nett. Oh. Warum gehen die immer auf mich? Haha. Haha. Weil irgendjemand... Ist auch nicht stehen! Oh, sie ist so hundig. Dialoon. Man sagt ja, Hunde mögen den Geruch von Aas. Das würde mir zu denken geben. Heißt, ich sollte nicht mehr in Leichenteilen baden. Haha. Äh, vielleicht solltest du das einschränken, zumindest. Mhm. Und das im Aaswasser, also. Ja, die essen hier ja auch verrottetes Fleisch. Das heißt, die Rennen die noch cute oder was? Wir machen. Wir nicht. Die sind auch keine Leute. Die sind auch, wie die hier in der Mob Arena spielt. Komm, stopp! Nee. Ich level voll gern in die Marene. Ja, die ist auch lustig. Dann ist mir zu langweilig. 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 die wir vielleicht besuchen werden nein ich finde cool sie hat halt ist ein schwer ist so groß und ja langweilig es gibt eine stelle wo man sehr wohl was sehr gut kämpfen können wie ich hier nicht mehr und gelernt noch der kann auch einfach ein Prozent Ticket schreiben und dann kümmert sich jetzt darum dass er die hat keine diese Regeln gelesen also bitte lasst das ich werde gleich noch ein Ticket schreiben einmal umsetzen ich dachte du willst jetzt da hoch springen ja will ich auch aber ich bin ich bin nicht viel also wann zwei jetzt können sie mir ruhig helfen mit der Bossspende also das ist die Bossspinnische Kacke mach den Mund auf soll ich es riechen oder was jetzt wollte ich grad springen und dann kommt da eine Spinne an ich, ich, ich verteidige den Berg ja ich schieb gleich die Spinne aus ihren acht ekligen Augen an die Skelette stehen da unten am, am Fuß machen gar nichts die haben ja auch kein Gehirn Mann ich bin hier weg ich hab nur noch ein halbes Herz ich hab noch zwei Herz, eineinhalb und jetzt sieht man was ich optisch reinbringe das hat sich schlecht guck mal hinter dir ah, gibt's ihr Scheiß-Zombie, sie fickt echt so richtig äh ich hab jetzt keinen Bock dann Piepton drüber zu machen das machst du, ok oh dann nimm mal einen Drum-Tone ich hab mal erster Dirigent und das erst unter Chor ich muss noch was ich muss noch was darüber sagen hm, diesmal hab ich mehr Loot abgegriffen vor allem meinen Stock pam Rick, jetzt musst du da noch was darüber sagen weil du jetzt da hingeguckt hast ich habe jedenfalls sechs Gold ja acht Eisen acht, acht Eisen, ja ich auch dann mal dauschen ok, gehen wir dann raus und nehmen wir jetzt die nächste Arena ja oder macht man das einander mal ich weiß es nicht genau jedenfalls äh, danke, dass ihr das Video zugestehen habt ich darf jetzt auch ein bisschen rumhuren das darf ich sagen äh wie immer Daumen hoch favorisieren ihr dürft mich auch abonnieren und natürlich sagt es euren Freunden euren Feinden und wenn's euch nicht gefallen hat dann euren Verwandten ja yeah you may as well do that hyphen tschüss 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 alle sag mal auf drei sag mal tschüss eins zwei drei tschüss tschüss tschüss